Hui, hoho! Hallo! Da bin ich! Hallo, Togolino! Liebes Publikum, werden Sie zeuge, wie ich diesen Papierflieger in eine Blume verwandle. In den Zauberhut damit und Hokus-Pokus. Tada! Auch diese Blume wird gleich etwas ganz anderes werden. Und nun staunen Sie, es ist ein Apf... Angebissener Apfel. Ja, nochmal. Hokus-Pokus. Hokus-Pokus. Super! Ja, bravo, bravo. Danke sehr. Hokus-Pokus. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Jetzt aber! Was? Hier stimmt doch was nicht! Na, warte! Gleich werde ich ja sehen, wer die Leiter immer wieder blau macht! Florina? Erwischt! Ich bemale die Leiter doch nur mit meiner Lieblingsfarbe! Aber ich mag Rotvieh lieber! Ich weiß, was wir machen! Cool! Muppidu! Willkommen zur Bauernhof-Olympiade! Alle bereit? Ja! Los geht's mit Gewicht heben! Der Fund geht an Togolino! Jetzt kommt der Apfel auf! Oh! Oh, oh! Dumm, 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 dumm! Ha! Er ist da! Moment mal! Feststecken gilt aber nicht! Deshalb hat Florina gewonnen! Bravo! Weiter geht's! Wer rutscht am weitesten? Hui! Tum! Platz da! Ich komme! Yippie! Ui, der Punkt geht an Kalito! Alle haben einen Punkt! Wir brauchen noch eine Aufgabe! Kirschkern weit spucken! Hand! Nicht schlecht! Yippie! Jetzt du, Togolino! Tschi! Oh, wow! Togolino hat gewonnen! Super, Togolino! Gratuliere! He-he! Bubidu! He-he-he! Dumm, dumm! Oh, eine kleine Raupe! Du sollst nicht nass werden! Bitte sehr! Mhm! Ah, die Sonne scheint! Super zum draußen spielen! Ja, nun, es regnet ja! Hm! Hat's schon wieder aufgehört? Ah, der Herr Schmetterling! Der Weg ist frei! Bitte schön! Hm? Das ist ja ein seltsamer Regen! Du musst doch mal sehen, wo der herkommt! Ach, du lässt es hier regnen! Ja, ich gieß die Blumen! Darf ich auch mal? Ja, bitte schön! Nanu, jetzt kommt ja gar kein Wasser mehr! Vielleicht ist ja der Schlauch abgegangen! Warte, ich schau mal! Brauchst du nichts! Wasser ist wieder da! So, ja! Das ist gut! Hm! Alles klar, Florina? Alles klar! Ich bin bereit! Okay! Und los! Jupp! Ja! Schneller, Togolino! Und hepp! Ja! Achtung! Aus dem Weg! Ja! 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 Und zack. Ui. Ups. Äh? Wo ist denn die Leiter? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich schaff das schon. Äh. 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 So hoch. Hm. Und Anlauf. Oh. Äh. Hm. So, jetzt aber. Ja. Ha. Volltreffer. Ja. Gleich hab ich ihn. Oh. Nicht. Hiermit klappt's bestimmt. Hahaha. Ja. Oh. Wie soll ich denn jetzt runterkommen? Florina, hier oben. Hey, Tocolino, was machst du denn da? Ich hänge fest. Kannst du mich abholen? Na klar. Ja. Hi. Und hopp. Hui. Oh. Genial. Danke, Florina. Warte. Wir müssen noch mal zurück. Okay. Hopp. Oh. Haha. Los, wirf, Florina. Okay. Ja. Der war weit. Was ist das denn? Komm mal, Florina. Was hast du denn da? Aha. Das ist ja eine Schatzkarte. Tja. Hey, das ist doch unser Bauernhof. Hier ist der Sandkasten. Da ist das Baumhaus. Hm. Das ist das Haus. Dann ist der Schatz also. Hm. Im Blumenbeet. Haha. Los, lass uns das sehen. Mhm. Und, hast du schon was gefunden? Nein, hier ist kein Schatz. Schade. Aber warte mal. Ja? Ich hab eine Dose gefunden. Eine Dose? Ja, und da steckt noch was drin. Ein neuer Hinweis. Hm. Was steht denn drauf? Hä? Ein Huhn? Also bei den Hühnern. Ich kann keinen Schatz entdecken, Toccolino. Vielleicht müssen wir uns die Hühner mal genauer ansehen. Hier ist nichts. Hm. Hier ist auch nichts. Ich seh noch mal im Wohnwagen nach. Hm. Gok, gok, gok. Gok, gok, gok. Monty? Bist du das? Gok. Wow. Schoko-Eier. Das ist aber ein leckerer Schatz. Danke für die tolle Überraschung, Monty-Huhn. Gok, gok. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Du musst dich verstecken, Kalito. Wir machen es noch mal. Eins, zwei, drei, acht, neun, zehn. Ich komme. Hm. Das war schon viel besser. Aber du musst dich so verstecken, dass ich dich nicht gleich finde. Acht, neun, zehn. Ich komme. Hm. Diesmal hat er sich richtig versteckt. Wo ist er denn? Ha. Hab ich dich. Ups. Entschuldigung. Aber jetzt hab ich dich. Suchst du wen, Togolino? Na, Kalito. Ich spiele nämlich Verstecken. Ach so. Also hier ist er nicht. Aha. Ach, nö. Wo bist du denn? Juhu. Kalito. Wo ist er denn nur? Hm. Aha. Ja, wo ist denn der Kalito? Ja, wo könnte er denn bloß sein? Na? Gefunden. Bei den Keksen. War ja klar. Geh. Ham. Sieh mal, die Wolke sieht aus wie ein Bär. Ja, stimmt. Und guck mal, da fliegt ein Wolkenball. Dann kann der Bär ja mit dem Ball spielen. Das gibt's doch nicht. Oh, hast du das gesehen? Das ist ja toll. Oh. Hm? Das ist ja ein richtiger Ball. Hallo, Leute. Super Schuss, oder? Spielt ihr mit? Ja, na klar. Kalt, warm, wärmer, wärmer, noch wärmer, heiß. Hä? Hä? Wieder kälter? Hä? Hey, hier geblieben. Schnapp ihn dir, Togolino. Hab dich. Hab dich. Ach, lass mich doch gucken. Bitte. Ach, du musst schon stillhalten. Ich halte es aber nicht mehr aus. Och, Menno, Togolino. Wieso denn? Ist doch toll geworden. Guck mal, Florina. Daumenkino. Oh, stimmt. So, fertig ist mein Superflieger. Wie weit er wohl kommt. Wow. Ja. Nicht schlecht, Florina. Jetzt ist meiner dran. Guckt mal hier. Mit echten Turboflügeln. Super. Ja, genau soweit. Das schafft mein Flugzeug auch. Äh. Toll, oder? Oh. Ein Looping. Und sogar am weitesten. Toller Flieger, Kalito. So, wir brauchen noch eine Girlande. Komm, Kalito. Wir zeigen dir, wie es geht. In jede Ecke wird ein Muster geschnitten. Oh ja, ich mach mit. Ups. Oh. Oh, jetzt ist die Girlande kaputt. Warte, ich hab eine Idee. Okay. Aha. Einmal hier schneiden. So, dann hier entlang. Das Ganze einmal glatt ziehen. Und falten. So. Tada. Oh, ein Dinosaurier. Ja. Hey. Hm, es ist viel zu windig für unser Kartenhaus. Warte mal, ich hab da was. Monty, das ist ja super, Kleber. So. Puh. So. Fertig. Hui, der klebt aber richtig gut. Hehe. Ah. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir reiten aus. Los, komm Monty. Hüpp. Juhu. Ja. Haha. Und los. Geh los. Togolino hat den Ball. Gibt ihn ab. Der Ball kommt zurück. Und er übernimmt wieder. Und Schuss. Der Ball ist immer noch im Spiel. Togolino bereitet den nächsten Schuss vor. Und eins, zwei, los. Ja. Direkt in. Ah. Ins Gewächshaus. Oh, 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 oh. Hab ihn. Ja, er hat den Ball gehalten. Ein Wahnsinnsspiel. Heute werde ich einen riesigen Fisch angeln. Hm. Oh, ich hab was. Hey. Eine Taucherflosse. Nicht schlecht. Wow. Ups. Ui, hier ist noch eine. Au. Oh. Helft mir, ich hab was ganz Schweres. Okay. Okay. Hu hu. Tada. Muppidu. Ein riesengroßer Monty-Fisch. Drei Äpfel und dann diesen hier zieht Kalito. Ja, so könnte es klappen. Okay, los geht's. Myeh. Hehe. Oh, lecker. Äpfel. Hab, nyam, nyam, hab, nyam. Hab, nyam. Ähm. Los und jetzt dran ziehen. Ja. Tja. Muppidu, es hat funktioniert. Hehe. Ham. Ein richtig guter Blumengießautomat. So, ganz vorsichtig. Erst einer, dann zwei. Der ist schön. Ha. Dann nehmen wir noch den. Hier ist noch ein schöner. So. Jetzt haben wir genug Äpfel. Hey. Kalito. Ham. He he he. Du hast ja den ganzen Korb leer gefuttert. Oh. 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 Wieder voll. Haha. Genau. Muppidu. Haha. Stopp. Oh. 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 Hoppala. Was macht ihr denn hier? Halt. Einen Moment bitte. Und jetzt könnt ihr. Alles klar, Warni. Und los geht's. So, mal gucken. Wie geht das denn? Überraschung. Super Bild. Los geht's. Uiuiui. Togolino. Pass auf. Warte, ich helf dir. Tada. Bravo, Togolino. Bravo. Hier. So, hier ist der Kuchen. Hm, lecker. Der sieht ja toll aus. Oh. Kein Problem. Ich mach uns schnell einen neuen. Backe, backe. Kuchen. Und zum Nachtisch gibt's Eis. Hepp, 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 hopp, 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 hopp. Oh, oh. Ei, ei, ei. Ach. Mh, lecker. Haha. Na bitte, ist doch kein Problem. So ist es viel leichter. Mh, mh. Mopidu. 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 Fertig und los. Oh, oh. Wow. Ui, ui, ui. Hey, gar nicht schlecht. Zum, zum. Mh. Och, Manu. Ich glaube, mein Drachen ist kaputt. Warte, Carlito. Halt ihn mal hoch. Hopp. Oh. Hehe. Ho, ho, ho. Danke, Togolino. So, hier noch ein paar von den Kleinen und die Großen in den Kreis. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, wie schön. Mopidu, es hat geklappt. Toll. Juh. Ja. Hey. Puh. Hihihi. Hier. Oh! Yippie! Hahaha! Oh! Super, Florina! Jetzt sind wir beide zusammen. So gut. Aber ich kann kein Ballett. Tanz, wie du willst. Ich mach dann mit. Super, Florina! Und gut. Und außen. Und Schmetterling. Super! Hühnerkacka. Und... Rückwärtsgang. Hui, hui, huu! Nein! Du bist ja ein verrücktes Huhn. Was war das denn? Vielleicht ein pupsender Elefant. Komm, den schnappen wir uns. Du bist das? Hm. 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 Mensch, warum geht das denn nicht? Hm. Hm. Probier's nochmal. Hm. 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 Moment mal. Hey, Kalito. Hm. Hm. Kannst du deine Äpfel auch woanders hinwerfen? Ups. Ah. Ja. Super! Juhu! Hallo! Da bin ich! Hallo, Togolino! Wer hat die Kekse geklaut? Die Schüssel war doch eben noch voll. Den Dieb schnappen wir uns. Los! Schnell verschicken! Ah. Buhu! Wer klaut denn da unsere Kekse? Ah! Hilfe! Du Spenster! Erfisch! Ach, und ihr wart das. Hier, ich glaube das sind eure. Und das ist deiner. Du siehst aus wie eine Fee. Das bin ich auch. Und du hast einen Wunsch frei. Okay. Ich bin ein Ritter und brauche ein Pferd. Hokus, Hokus, Mufidoka. Ah. Bitteschön. Ein Pferd. Hier, Kalito. Halt mal bitte meinen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr, Frau Königin, seid die Schönste hier. Es gibt keine andere... Halt! Doch! Mich! Prinzessin Togolina. Lass uns Ritter spielen. Okay. En garde! Haha! Hey, mein Schwert! Das wirst du mir bischen. Ups. Ich hab verloren. Aber Karotten schneiden kannst du. Ups. Ich bin zu schwer. Und jetzt? Ach, danke. Hey, Togolino. Komm, hier lang. Und hopp. Super, Monty. Was hat es denn? Komm. Vielleicht ist es verletzt und kommt nicht alleine runter. Dann müssen wir es retten. Komm her. Oh. Ich soll deine Küken retten? Na komm mal mit runter. So, hier seid ihr sicher. Gut gemacht, Togolino. Oh. Hallo Küken. Oh, wie süß. Da kommt deine Mama. Guck mal, es denkt du bist deine Mama. Nein, Küken. Ich bin nicht deine Mama. Ich hab eine Idee. Jetzt sieht seine Mama aus wie du. Ach, du warst das. Hey. Hey. Ah. Tada. Was kitzelt denn da? Ach, du warst das. Wann bist du endlich fertig? Gleich. Oh nein. Nein. Nein, nicht in den Teig. Gut gemacht, Togolino. Gut gemacht, Togolino. Ich wasche die Kirschen. Ich fülle den Teig ein. Und fertig. Ich hab sie alle aufgegessen. Dann nehmen wir eben was anderes. Die Rosinen da oben? Genau. Und, hä? Hey, super Togolino. Mh, der sieht so lecker aus. Kalito, erst wenn Florina da ist. Nur mal schnuppern. Gesundheit. Ah, zwei Monster. Da bist du ja endlich. Keinen Schritt weiter. Aber ich bin es doch. Togolino. Das Geheimwort. Äh, Mupidu? Richtig. Lecker. Ihr seht echt muselig aus. Mh, das war lecker. Guck mal. Ein Gesicht. Was wird das? Ah, ein Auto. Ein Schaf. Nein. Immer noch nicht? Das bin ich. Togolino. Genau. Warte, da fehlt noch was. Was denn? Bleh. Hehehe. Hehehehe. Und Schuss. Hub. 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 Huh. Wo ist der Ball denn hin? Es ist weg. Hier ist er nicht. Frau Huhn, darf ich mal in die Nähe sehen? Aha. Ab ihn. Du bist dran, Florina. Wo schießt du denn hin? Bart's ab. Wow. Super gemacht, Florina. Toll. Ups, Achtung. Hey, bravo, Turbulino. Oh, das ist die letzte. Ich oder du? Äh, wir zählen aus. Eins und zwei. Ich und du. Mäh und mu. Mu, pi, du. Für dich. Aha. Hey, Kalito. Diese Erdbeere gehört Florina. Äh, A. Mu, pi, du. Na gut. Hau rein. Begeizt? Gib mir ein Wow. Wow. Gib mir ein Mäh. Oh, Mäh. Gib mir ein Mou. Muu, pi, du. Wow. Und hopp. Muu, pi, du. Du. Was ist das? Und. Und. Und hopp. Tada. So. Danke. Jetzt den. Und den grünen. Und fett. Achtung, es geht los. Hoppidu. Oh. Hä? Na, warte. Jetzt hab ich den. Hopp. Überraschung. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Tomodino. Boah, ist das cool, danke. Ah. Wer will Kuchen? Ich. Und unser Kalito? Hm. Das sah so lecker aus. Ist nicht schlimm. Ich liebe Apfelkuchen. Wer will ein Stück? Ich. Kommt, wir kicken. Au, ja. Ja. Auf, auf, auf. Was hast du? Aua. Wo denn? An den Füßen? Ich seh da nichts. Aua. Die Ohren vielleicht? Aua. Nichts. Die Nase vielleicht? Aha. Hast du Lust, noch mehr coole Videos zu sehen? Dann tippe jetzt ein Video an. Viel Spaß und bis gleich. Dein Togolino. Bis zum nächsten Mal.